In diesem Video geht es um die besten Waschmaschinen. Der Qualitätssieger in unserem Waschmaschine-Test geht an die Bosch WAN 28122. Unterbrechen Sie den gestarteten Waschvorgang und öffnen die Tür. Danach legen Sie vergessene Kleidungsstücke in die Trommel und setzen den Waschvorgang fort. Das Design der Seitenwände ist nicht nur ein optischer Blickfang. Die Struktur sorgt für mehr Standfestigkeit und weniger Vibrationen während des Waschvorgangs. An manchen Tagen muss es einfach schnell gehen. Mit Speed Perfect können Sie Ihre Waschzeit um bis zu 65% Sternchen reduzieren, bei gleichbleibender Waschleistung. Es kann in Kombination mit den meisten Programmen, allen Ladungen und Textilien verwendet werden. Der von Bosch entwickelte Motor EcoSilence Drive ist dank eines Permanentmagneten mit modernster Antriebselektronik besonders leistungsstark, langlebig und leise. Die sensorgesteuerte Mengenautomatik Active Water erkennt den Beladungszustand der Waschmaschine in mehreren Stufen. Durch einen speziell ausgelegten Waschzyklus, längere Temperaturphasen und einen zusätzlichen Spülgang werden Allergien verursachende Rückstände maximal reduziert. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Haier HW80. Mit dem bürstenlosen Inverter Motor und Energieklasse A gehört die Haier H-Trium zu den sparsamsten Geräten auf dem Markt. Diese Waschmaschine bietet eine große Auswahl an Programmen, bei welchen zusätzlich die Dampffunktion aktiviert werden kann. Haier bietet mit Aqua Protect Plus maximalen Schutz mittels Aqua Protect Schlauch und zusätzlicher Bodenwanne. Zur Vermeidung der Biofilmbildung an besonders anfälligen Stellen stellt Haier seine Türmanschetten und Waschmittelschubladen aus einem speziell antibakteriell beschichteten Material her auch abgenannt. Haier fertigt seine lasergeschweißte Schontrommel aus Edelstahl an. Dank der sanften Formgebung des Trommeldesigns weisen Haier-Schontrommeln keine scharfen Kanten auf. Dank Wollprogramm wird die Wäsche mit niedriger Schleuderdrehzahl gewaschen, um die Wollsachen nicht zu beschädigen. Das Express-Programm ist optimal geeignet für gering verschmutzte Wäsche aus Baumwolle oder Synthetik. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Waschmaschine-Test ist die Privileg PWF MT 61483. So schnell war die Wäsche noch nie fertig. Die neuen Waschmaschinen von Privileg bieten insgesamt sechs Kurzprogramme unter einer Stunde, davon drei mit voller Beladung. So gibt es immer eine ideale Lösung, um eine Vielzahl von Kleidungsstücken auch Wolle und Feinwäsche schnell zu reinigen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal.